Herr Höcke, ich möchte gerne mit Ihnen auf Ihre Sprache und Ihren Blick auf dieses Land schauen. Sie selbst sagen, dass Sie oft missverstanden und bewusst fehlinterpretiert würden. Wir haben Ihren eigenen Parteifreunden im Bundestag mal zwei Zitate von Ihnen vorgespielt und die Reaktion will ich Ihnen gerne zeigen. Ein paar Korrekturen und Reformchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalten der Moderne beseitigt. Ist das aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke? Ja, da werde ich mich jetzt nicht festlegen. Könnte von beiden sein? Also, wenn eher aus meinem Kampf, ich sage auch nicht von Herrn Höcke. Ist das aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke? Ich habe weder das eine noch das andere Buch gelesen. Insoweit muss ich passen. Aber sagt es nicht schon viel aus, dass Sie das nicht sozusagen beantworten können, dass die Sprache sich anscheinend so ähne? Ich weiß jetzt wirklich nicht, aus welchem Buch Sie es haben. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe nicht alle Reden gelesen, gesehen von Herrn Höcke, und ich habe auch meinen Kampf nicht gelesen. Deswegen weiß ich es nicht. Ein zweites Zitat. Sie sehen sich auch der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindet und die Dinge in Ordnung bringt, ist tief in unserer Seele verankert. Ist das aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke? Das weiß ich noch nicht mal. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ist das aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke? Also, die Frage werde ich Ihnen nicht beantworten können, weil ich meinen Kampf nicht gelesen habe. Und ob das von Herrn Höcke ist, weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt sage, es gefällt mir nicht, dann, wenn es von Höcke ist, dann gefällt mir nicht, was Höcke das gesagt hat. Wenn es von dem anderen Herrn, der auch mit H beginnend ist, dann gefällt mir das schon zweimal nicht. Also, von daher, da kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Genau, Herr Höcke. Ihre eigenen Leute können jetzt da nicht sagen, ob das noch Höcke oder schon Hitler ist. Was sagt das über Ihre Sprache aus? Das sagt vor allen Dingen, dass die meisten mein Buch gar nicht gelesen haben, wie sie ja selbst deutlich artikuliert haben. Und das ist eigentlich schade, weil ich natürlich mit diesem Buch auch etwas bezweckt habe, wollte mein Denken niederlegen, wollte eine Analyse der Lage dieses Landes anfertigen, so wie ich die Lage eben sehe. Und natürlich ist dieses Buch, sagen wir mal, für einen Politiker etwas Ungewöhnliches, sowohl was die Inhalte angeht, als auch die historische Perspektive und auch die Sprache, auch die philosophischen Einlassungen und so weiter. Dazu hat heutzutage kaum auch ein Politiker den Mut. Und das ist etwas, was ich als Verkürzung empfinde. Und ich finde es gut, wenn wir wieder Politiker haben, die auch den Mut haben, sich originell zu äußern und vielleicht auch eine Sprache verwenden, die manchmal vielleicht etwas zu sehr ins Poetische geht. Auch das muss zulässig sein. Das darf nicht alles glatt geschmörgelt sein und einem zeitgeistigen Formalismus unterworfen sein und dann noch moralisiert werden. Das geht nicht. Das widerspricht meinem Gefühl von Freiheit, die ich auch leben möchte. Und ich glaube, das ist auch, was die meisten Menschen im Land gerne wieder leben wollen. Freiheit. Es geht nicht um, ob es poetisch ist, sondern ob das an NS-Terminologie erinnert. Sie sind ja Geschichtslehrer. Wir dürfen hier annehmen, dass die Überschneidungen mit NS-Terminologie, die ihre Partei-Freunde ja offensichtlich feststellen, dass die kein Zufall sein können. Also dieses permanente Rekurrieren auf den NS ist etwas abwegig in dem Zusammenhang, muss man sagen. Ja, was ist alles NS? Wer definiert, was NS ist? Ich glaube nicht, dass es eine allgemeingültige Definition dessen ist, gibt, was NS-Diktion, was NS-Sprache ist. Ja, also die deutsche Sprache hat sich sicherlich in den letzten 75 Jahren auch weiterentwickelt. Nicht immer zum Guten weiterentwickelt, muss ich auch sagen, wenn ich an das Denkliche beispielsweise denke. Aber ich glaube, keiner, der einen gewissen auch wissenschaftlichen Anspruch hat, würde sich zutrauen zu sagen, das ist jetzt NS-Sprache oder das ist die Sprache der Romantik oder das ist die Sprache der Aufklärung. Das wäre vermessen. Es gibt ja zahlreiche Beispiele, auch aus den letzten Jahren. Keimzelle des Volkes haben Sie verwendet. Das hat Hitler öfter in seinen Reden übernommen, hat Hitler öfter verwendet. Entartet ist so ein Begriff, Volksverderber und dieses AfD-interne Gutachten vor zweieinhalb Jahren. Da wurden ja auch Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus festgestellt. Sind das alles Zufälle? Sind Geschichtslehrer? Nein, das sind insofern Zufälle, als dass sie nicht auf irgendeinen Zeitraum festzuzurren sind. Also alle die Begriffe, die Sie gerade jetzt hier genannt haben, gab es davor genauso wie danach in den verschiedenen Fachbereichen. Wenn Sie in Biologie sich ein bisschen zu Gemüte geführt haben, was Sie bestimmt in der Schule getan haben, dann werden Sie sicherlich in der Molekularbiologie beziehungsweise in der Zytologie auch mit dem Begriff der Entartung konfrontiert worden sein. Von daher sind das alles Kampfbegriffe, die von einem politisch-medialen Establishment so definiert werden und damit dem Sprachgebrauch entzogen werden sollen, um ein politisches Ziel zu erreichen. Und das geht nicht. Lassen Sie mich das bitte noch ausführen. Wir haben eine Tendenz in diesem Lande, die Sprach- und die Meinungskorridore immer weiter zu verengen. Und das tut unserer Demokratie nicht gut. Wenn 70 Prozent, über 70 Prozent der Bundesbürger in aktuellen Umfragen sagen, dass sie gewisse Themen in der Öffentlichkeit aus Sorge vor negativen Konsequenzen nicht mehr ansprechen, dann ist was faul in diesem Lande und was faul mit unserer Demokratie. Und das darf nicht sein. Wir sind ja nicht der politische Gegner, sondern wir haben eben Parteifreunde gehört, die Zitate aus Ihrem Buch mehrere und mehrere Parteifreunde von Ihnen nicht zuordnen konnten, ob das mein Kampf war oder von Ihnen. Und wir haben ein Gutachten von dem damaligen Bundesvorstand. Aber Sie wissen zum Beispiel, Frau Weidel ist heute Fraktionsvorsitzende und war damals eine der Antreiberinnen. Also warum auch aus der eigenen Partei immer wieder dieser Vorwurf? Also Sie kennen ja den Begriff des Feinzeugen. Und eine Partei ist leider kein Kindergarten, sondern eben auch ein System, in dem Machtpolitik betrieben wird. Warum, wieso motiviert? Das ist ganz unterschiedlich. Und dass es damals einen Bundesvorstand und einer Bundesvorsitzenden gab, die mich persönlich, also die Bundesvorsitzende, zu ihrem Lieblingsfeind erklärt hat und entsprechend auch traktiert hat als Bundesvorsitzende, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Und dass der eine oder andere Parteifreund leider sich auch zum Feindsäulen gemacht hat, indem er in unanständiger Art und Weise zumindest nicht zum Vorteil der Partei, sondern zum Vorteil des politischen Gegners die Argumente des politischen Gegners für den innerparteilichen Kampf gebraucht und missbraucht, das beklage ich sehr und das bedauere ich sehr, weil ich das selbst noch nie gemacht habe. Feinzeuge wäre jetzt auch wieder ein Begriff, über den man vielleicht reden könnte. Das ist kein Begriff, den viele Demokraten verwenden. Ich möchte aber auf was anderes hinaus. Ihnen ist es ja bewusst, dass diese Begriffe vielleicht kontaminiert sind oder eine gewisse Bedeutung haben und sie spielen damit. Zum Beispiel, Sie erinnern sich bestimmt an das Hermann-Treffen letztes Jahr. Da haben Sie eine Rede gehalten und haben davon gesprochen, von Siedlungs- und Lebensraum. Da haben Sie so eine Pause gemacht, haben gegrinst und haben gesagt, oh, jetzt habe ich Lebensraum gesagt. Das heißt, Ihnen ist ja bewusst, dass dieser Begriff, ich meine, Lebensraum, Sie wissen das als Geschichtslehrer, Lebensraum im Osten war Zentralbegriff der nationalsozialistischen Expansionsideologie, die den Vernichtungskrieg auf die Sowjetunion mit gerechtfertigt hat. Also Ihnen ist ja bewusst, dass dieser Begriff eine Geschichte hat. Deswegen machen Sie ja diese Pause und lachen. Warum machen Sie das? Sie haben doch gerade eine rhetorische Frage gestellt. Sie haben die Antwort doch schon gegeben. Als Sie die Szene beschrieben, auf dem Hermanns-Treffen, lassen Sie mich kurz ausführen, habe ich diese Pause gemacht, weil diese Stellenmarkierer, die nur unterwegs sind in dieser Zeit und dieser Republik, um irgendwie etwas zu kontaminieren, was angeblich nicht mehr sagbar ist, das sind doch die, die diese Demokratie beschädigen, mit ihrer Art und Weise, Politik zu betreiben, über die Begriffsdefinition, über den Versuch, Begriffsherrschaft auszuüben. Ja, und das ist ein Teil dessen, was wir auch als AfDler die Herrschaft der politischen Korrektheit nennen. Und dieses Land leidet unter der Herrschaft der politischen Korrektheit. Es gibt gewisse Politikfelder, die man nur mit größter Vorsicht betreten kann. Ich nenne hier das Thema Einwanderung, das Thema Islam beispielsweise, oder allein das Thema Familienpolitik. Wenn man zum Beispiel eine aktive Familienpolitik favorisiert, und das tun wir als AfD, weil wir seit 40 Jahren zu wenig Kinder in Deutschland auf die Welt bringen, beziehungsweise die Menschen in Deutschland zu wenig Kinder haben, dann wird man ganz schnell in die Familienförderpolitik der Nationalsozialisten eingereiht. Wie absurd ist denn das? Es geht darum, dass wir eine realistische Lageanalyse machen und dass wir mit einer ergebnisoffenen und tabufreien Diskussion endlich mal die Frage klären, wie wir in Deutschland gemeinsam in Zukunft leben wollen. Und da ist es nicht gut, da sind wir nicht gut beraten, wenn wir von vornherein gewisse Begriffe und gewisse Meinungen ausschließen. Also Begriffe wie Lebensraum im Osten, auf dem, wie gesagt, ein Vernichtungskrieg gegründet war, sagen Sie, damit muss man locker umgehen, damit muss man, das darf sozusagen nicht verboten sein, da kalkuliert mit inzugehen. Ich habe doch nicht von Lebensraum im Osten geredet. Ja, das ist doch ein Lebensraum. Entschuldigung, ich habe im Plenum gerade jetzt einen Tagesordnungspunkt, da geht es um Lebensräume beispielsweise, da geht es um Naturschutzräume. Da wird auch von Lebensraum von Rotmilan gesprochen. Da können Sie in jeder Landtagsrede in dieser Republik, die vielleicht heute gehalten wird, diesen Begriff finden, wenn Sie suchen würden. Das ist nicht exklusiv von Björn Höcke oder wird nicht exklusiv von Björn Höcke gebraucht. Das ist leider eine ziemlich absurde Unterstellung. Ich halte fest, Sie haben diese Pause selber in Ihrer Rede gemacht und deswegen damit gespielt. Aber lassen Sie uns zu etwas anderem kommen, zu Ihrem Demokratieverständnis. Gerne. Darf ich mal kurz unterbrechen? Wir sind gleich durch. Ja, deswegen. Ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Sie haben hier zu Nöcke mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben. Diese Emotionen, glaube ich, sollte man so nicht im Fernsehen bringen. Man sollte es nochmal von vorne machen. Er weiß dann ungefähr, zu welchen Fragen er sich äußern muss und dann kann er... Aber da haben Sie wissen, aber das machen wir nie. Das geht nicht. Das geht so nicht. Das war kein Verlust, dass er so auch... Ja, auch der Einspieler am Anfang, das fand ich nicht wirklich redlich. Das ist... Also ich finde, das machen Sie das... Haben Sie das schon mal mit einem anderen Kollegen gemacht von den Altparteien? Das ist vollkommen absurd. Nein. Dann hätten wir vorher mal drüber reden sollen und das war... Herr Lammann, wir hatten besprochen... Nein, das war nicht angekündigt. Diese Themen waren... Doch, das war... Es ging um Landtagswahlen. Also Sie haben mir gesagt, es geht um Landtagswahlen und es geht vor allen Dingen um den Wahlkampf, es geht um Wahlprogramm. Vielleicht auch mal ein kurzer Rekurs auf das Flügeltreffen. Das hat mir Herr Lammann tatsächlich im Vorfeld gesagt und darauf muss ich mich tatsächlich verlassen können. Nein, das wird so nicht stattfinden. Das wird so nicht folgen. Herr Lammann, das Interview, wir hatten gesprochen, hier muss ich sagen, es geht nicht um Thüringen, es geht um die bundespolitische Bedeutung von Herrn Höcke, es geht um seine Sprache und sein Politikverständnis und da sind wir gerade dabei. Dann habe ich was anderes im Vorfeld. Die bundespolitische Bedeutung von mir in der Landtagswahlen, natürlich werden wir dann nicht über die landesspezifische Themen sprechen, haben Sie gesagt, das ist klar, aber dass wir jetzt nur über seine Sprache gesprochen haben, wir sind gerade dabei, dass das Demokratieverständnis zu kommen hat. Das hat er ja schon gerne gesagt. Zehn oder zwölf Minuten. Das hätten wir vorher mal besser besprechen müssen, das haben wir nicht getan. Also ich finde es auch, das ist nicht seriös. Also ich bin auch gerne bereit, unangenehme Fragen zu beantworten, aber das geht so nicht. Wissen Sie, wir leben doch in einer Lage, die so schon polarisiert ist. Wollen Sie jetzt wirklich so ein Ding noch raushauen? Ich meine, Sie sind doch als öffentlich-rechtlicher Sender auch stark in der Kritik. Sie spüren doch, wie gerade in diesem Land was erodiert. Und wenn Sie jetzt dieses Spiel weiterspielen... Ich spiele kein Spiel weiterspielen. Ich habe Ihnen ein Zitat von Ihnen selber und Ihre Parteifreunde... Ja, es geht darum, ich bin Spitzenpolitiker einer Partei. Ich bin jetzt sechs Jahre im politischen Bericht. Ich habe noch nie ein Interview fürs Fernsehen wiederholt, weil irgendwann es hieß, es läuft nicht entsprechend, wie wir uns das vorstellen. Das geht nicht darum. Nee, tut mir leid. Wenn Sie das hier beenden wollen, dann beenden wir es an dieser Stelle. Ja, passen Sie auf, dann haben wir ein manifestes Problem und dann wird das entsprechende Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat in der vertraulichen Zusammenarbeit zwischen Politiker und Journalist. Es geht doch darum, und das spüren Sie doch auch, dass wir mittlerweile in einem Stadium angekommen sind, wo Politiker und Journalisten nicht mehr offen miteinander reden können, weil man das Gefühl hat als Politiker, ich rede jetzt mal als AfD-Politiker, dass der Journalist nicht mehr neutral ist, sondern dass er irgendwie einen politischen Auftrag exekutiert. Ein Bild, das irgendwie mal gezeichnet worden ist, in diesem Falle zu perpetuieren. Und das ist einfach nicht redlich. Das ist nicht redlich. Ich habe mich auf die Vorgaben von Herrn Lachmann verlassen. Es war eindeutig definiert, so jedenfalls Herr Lachmann zu mir, dass wir in erster Linie über den Wahlkampf reden, dass wir über, wir haben gerade ein Landtagswahlprogramm von 100 Seiten verabschiedet. Ich bin Spitzenkandidat der AfD hier in Thüringen. Ich habe einige Aussagen zu machen, auch zur Landespolitik, die natürlich auch eine bundespolitische Ebene immer haben, das ist gar keine Frage, das können wir auch gerne verknüpfen. Aber dass wir jetzt hier auf Sprachanalyse zu sprechen kommen, und zwar jetzt schon länger als 10 Minuten, wo Sie mir sagten, dass das Ganze 10 Minuten oder 12 Minuten dauert, das ist eben keine, das ist keine Verabredung. Und ein bisschen Verabredung muss man auch haben, um sich einsortieren zu können, auch gedanklich. Wissen Sie, das ist, ich komme gerade aus einer 5-stündigen Gerichtsverhandlung, die ziemlich anspruchsvoll war. Das war rechtsphilosophisch, rechtstheoretisch sehr interessant, aber auch sehr, man musste dabei sein. So, ich habe diesen Termin deswegen im Anschluss an diese Verhandlung gesetzt, weil ich mittlerweile so professionell bin, dass ich weiß, wenn ich einen Input von meinem Presseleiter kriege, dass ich mich gedanklich umstelle, sortieren kann und mich dann entsprechend auch für ein Interview, das 10 oder 12 Minuten dauert, auch danach noch präparieren kann. Wenn ich aber weiß, dass ich wieder in so eine typische Verhörsituation reingesetzt werde, dann kann ich das auch gerne mal machen, aber dann möchte ich das gerne machen, wenn ich vielleicht nicht gerade 5 Stunden Verfassungsgerichtsverhandlung hinter mir habe. Wissen Sie, das ist so dieser Kontext, den Sie auch als Journalist erkennen müssen und der für Sie vielleicht auch von Interesse ist. Das ist keine Verhörsituation, das ist ein Interview. Es geht doch nur darum, dass ich die Frage... Darum gebeten, jetzt lassen Sie mich mal aussprechen, Herr Höcke kommt gerade aus einer vollständigen, wie gesagt, Gerichtsverhandlung, er ist auf diese Fragen, auf diese Formsinterviews nicht vorbereitet gewesen, er weiß aber jetzt, was auf die Versorgung zukommt, lassen Sie uns das Ganze einfach nochmal starten. Es geht nicht darum, dass Sie Ihre Fragen nicht stellen dürfen, Sie können Ihre Fragen stellen, aber er war darauf nicht vorbereitet und ich bitte einfach nur darum, dass wir, indem er sich jetzt einfach die Seele stattfindet nochmal darauf vorbereiten kann, wir das Ding, oder dass Sie Ihre Fragen nochmal stellen, weil die Reaktionen waren einfach so, wie sie halt sein müssen, wenn man auf etwas überhaupt nicht vorbereitet ist. Und das ist einfach nicht fair in dieser Frage, in dieser Situation. Ich kann Ihnen definitiv sagen, wir werden es nicht nochmal machen. Da kommen jetzt auch in den sensiblen Bereich der Pressefreiheit rein, in dem Moment, wo ich die Fragen so oft stellen soll, bis Sie mit den Antworten zufrieden sind. Ich bin nicht mit den Antworten, das geht nicht um die Antworten. Sie haben noch gesehen, dass er stark emotionalisiert war, dass er darauf nicht vorbereitet war. Und da bitte ich einfach nur ein Verständnis, dass man dann einfach, wenn er aus so einer Verhandlung kommt, jetzt sagen wir, okay, beruhige dich, wo ist das Problem? Wir hätten doch eigentlich mit schönen Sachfragen zur Landespolitik einstellen können und Sie hätten ja die Fragen dann am Ende, wenn wir im Laufen waren, nochmal vielleicht stellen dürfen. Aber direkt wieder dieses, diese alte Schose, ich kann es auch nicht mehr hören. Leute, ich kann es nicht mehr hören. mir geht es nicht um die Fragen, ich habe mir alles, ich habe mir alles recht zu können, fragen, was Sie wollen. Dass die Situation einfach für ihn zwar nicht fair. Mit meiner Meinung ist das fair, wenn wir ein Interview über bundespolitische Themen ankündigen, ich Ihnen sogar ein Telefon sage, es wird auch um die Sprache und das Politikverständnis gehen und ich dann dazu frage. Auch, auch. Jetzt können wir entscheiden, ob wir das Interview jetzt beenden oder ob wir es weiter an der Stelle finden. Pass auf, wir beenden das Interview, nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird. Ist das eine Drohung? Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch. Und was könnte kommen, wenn Sie sagen, wir wissen, was kommt. Vielleicht werde ich auch mal eine interessante politische Person in diesem Lande. Könnte doch sein. Ja, dann machen wir das so. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Karriere. Tschüss. Das Interview wird nicht verwendet, oder? Natürlich wird das in dem Fall.